Kommen wir jetzt zum letzten Beitrag unserer Sendung. Seit 2009 gibt es die Gamescom schon und seitdem ist sie das Mecker der Computer- und Spielefans geworden. Ganz Köln ist damit verkehrstechnisch für fünf Tage lahmgelegt. Vor unserer Fringsanair-Reporter Dennis, Felix und Clemens war das Getümmel natürlich nicht zu groß. Im Studio begrüßt jetzt Dennis und Felix. Hallo. Hallo Christopher. Erzähl uns doch zuerst mal, wie war dein erster Eindruck? Ja, also ich war das allererste Mal auf der Gamescom und es war einfach nur unglaublich, einer von 335.000 Leuten zu sein. Wenn die menschen Massen da auf einen einströmen, das ist echt schon Wahnsinn. Okay, und du hast von einem Groß-Event gesprochen. Was ist die Gamescom? Wie muss ich mir dieses Event vorstellen? Ja, die Gamescom ist die größte Messeveranstaltung der Welt, wenn es darum geht, interaktive Unterhaltungsmedien auszustellen. Und das ganze Köln-Messegelände wird genutzt, also auch die Außenbereiche. Und wer waren die Aussteller bei der Gamescom? Dieses Jahr waren auf der Gamescom über 700 verschiedene Aussteller aus über 47 Ländern anwesend. Natürlich die Big Player wie EA, Microsoft oder Sony, aber auch kleinere deutsche Publisher wie Deep Silver oder Koch Media waren anwesend. Und warum sollte man die Gamescom überhaupt besuchen und warum gibt es überhaupt so eine Messe? Ja, die Gamescom sollte man besuchen, weil man dort die neuesten Spiele anspielen kann, beziehungsweise Spiele, die noch gar nicht fertig sind. Und für viele ist es zudem ein Privileg, das Spiel schon gespielt zu haben. Ja, sieht man denn auf der Gamescom nur diese typischen Soccer oder gibt es da auch andere Beschäftigungen für Leute, die das Spiel nicht so gern mögen? Nein, es gibt auf der Gamescom nicht nur Bereiche für Soccer. Zum Beispiel in Hallen 10, 1 und 2 gibt es einen BMX-Park, einen Soccer-Bereich, allerdings auch ein Cosplayer-Village. Ja und zum Schluss, ihr beiden, was waren denn die persönlichen Highlights für euch? Was hat euch sehr gut gefallen? Meine persönlichen Highlights waren Project Morpheus und die Oculus Rift, weil diese virtuellen Realitätsbrillen wirklich eine sehr, sehr realistisch wirkende virtuelle Realität vermitteln und einen wirklich beeindrucken. Meine Highlights waren Destiny, was durch sein Weltraumfeeling begeistert hat und Bernd das Brot, wo man sich echt drauf freuen kann und welches in einer stylischen Brotdose herauskommen wird. Ja, vielen Dank ihr beiden für eure Recherchen, es war sehr, sehr interessant. Ich freue mich schon auf die nächste Berichterstattung, aber dann von der Gamescom 2015. Vielen Dank. Gerne, Christopher. Gerne geschehen.